Hey Leute! Vielleicht seid ihr neu in diesem Hobby und habt das Gefühl, euer Quad reagiert viel zu träge oder viel zu schlecht und ihr dreht euch nicht so schnell wie ihr wollt. Dann ist das genau das richtige Video für euch. Ich spreche heute mit euch über Raids. Viele denken, dass es sich bei Raids auch um Pit Tuning handelt. Das ist aber nicht der Fall. Raids sind in meinen Augen auch Dinge, die man direkt als Anfänger einstellen sollte, damit man immer das bestmögliche Flugverhalten aus seinem Quad rausholt. Was sind Raids und wie kann man mit Raids direkt beeinflussen, wie deine Drohne fliegt? Vereinfacht gesagt kann man mit den Raids beeinflussen, wie schnell eine Drohne dreht. Ich gehe genauer darauf ein in dem Video. Dabei möchte ich auf die drei verschiedenen Raids eingehen und euch zeigen, wie du das Flugverhalten von deinem Quad direkt beeinflussen kannst. Ich werde die Theorie immer mit ein paar Praxisbeispielen aus dem Simulator veranschaulichen. Ich würde euch empfehlen, auf dem Weg zu euren perfekten Raids alles erst einmal im Simulator zu üben. Und ja, bis ich meine Raids gefunden habe, habe ich ungefähr ein Wochenende lang verbracht im Simulator und habe rauf und runter experimentiert, was mir am allerbesten gefällt. Sobald ihr die richtigen Raids gefunden habt, könnt ihr diese natürlich dann auch auf euren Copter übertragen. Bitte bedenkt hierbei aber, Simulatoren sind in der Regel für 5 Zoll Drohnen ausgelegt. Wenn ihr nun eine andere Drohne als 5 Zoll fliegt, ist aufgrund der kürzeren oder der längeren Wege die Drehgeschwindigkeit natürlich auch eine andere, da die Motoren einen größeren Abstand zueinander haben. Wie ihr das Ganze dann auf euren Copter übertragt, zeige ich euch am Ende vom Video. Aber genug gequatscht, steigen wir ein. Als allererstes und als allerwichtigstes ist es, die AC Rate auf ein richtiges Level zu bringen. Richtig meine ich hiermit, je steiler die Kurve bei einer AC Rate ist, umso schneller wird dein Quad sich drehen. Je flacher der Anstieg ist, umso langsamer wird die Drohne drehen. Ohne den Einfluss von einer Super Rate oder einem AC Expo ist hier das Verhalten linear. Ja, das heißt, du hast in der Mitte genau die gleiche Geschwindigkeit, wie du sie auch am Stickende erwarten würdest. Hier ein paar Beispiele dazu. Ich bin hier in Velocidrone. In Velocidrone kann man über die Advanced Drone Settings die Rates perfekt einstellen. Um euch das besser zu veranschaulichen, packe ich meine Rates jetzt alle auf 0 und lasse nur die AC Rate stehen. Ihr seht jetzt hier, dass sich die maximale Beschleunigung verändert und außerdem rechts auf dem Graph wird die Kurve zu einer linearen Linie. Dadurch werdet ihr gleich sehen, dass die Mitte genauso wie die Stickenden exakt gleich agieren. Das heißt, in allen verschiedenen Positionen von dem Stick wird die gleiche Geschwindigkeit erfolgen. Achtet hier in den Beispielen unbedingt unten auf die Stick Overlays. Hier seht ihr, wie linear das Ganze verläuft. Wenn wir nun die AC Rate hochschrauben, wird sich die maximale Geschwindigkeit erhöhen. Da wir die anderen Rates jetzt aber noch nicht anfassen, wird es weiterhin eine lineare Linie bleiben und sich nicht zu einer Kurve verändern. Hier seht ihr nun, dass der Quad sich wesentlich schneller dreht als eben. Allerdings ist hier auch weiterhin ein lineares Verhalten zu sehen. Das heißt, egal wo wir mit unserem Stick sind, die Rolle oder der Flip wird immer gleich schnell sein. Nachdem wir nun über die AC Rate gesprochen haben, kommen wir zur Super Rate. Die Super Rate hat genauso wie die AC Rate Einfluss auf die Geschwindigkeit der Drehung. Nur mit dem Unterschied, wenn ihr die Super Rate höher schraubt, wird die Mitte weicher. Aber zum Stick Ende werdet ihr immer schneller. Und im Umkehrschluss, je niedriger die Super Rate ist, umso linearer wird der Quad sich verhalten. Hier ein paar Beispiele. Um das Ganze nun zu veranschaulichen, zeige ich euch hier die gleichen Einstellungen, wie wir sie eben schon hatten für die AC Rate. Das heißt, wir haben eine 400 Grad Drehung pro Sekunde auf Pitch, Roll und Yaw. Und ihr seht, dass hier wieder weiterhin lineares Verhalten herrscht. Um das zu veranschaulichen, kippe ich hier den Quad von einer zur anderen Seite. Und ihr seht, dass egal wo ich den Stick habe, die Geschwindigkeit jedes Mal dieselbe ist. Wenn wir jetzt aber in die Einstellung gehen und die AC Rate runterschrauben und dann unsere Super Rate hochschrauben, seht ihr, dass aus der geraden Linie eine Kurve wird. Wir haben hier die gleiche Geschwindigkeit wie eben, das heißt 400 Grad pro Sekunde. Aber jetzt wird deutlich, warum wir eine Super Rate benutzen. Denn in der Mitte, wenn ihr unten auf die Sticks schaut, wird viel mehr Bewegung möglich sein, wohingegen zum Stickende wesentlich mehr Geschwindigkeit gefordert wird, beziehungsweise der Quad sich schneller dreht. Das seht ihr auch hier nochmal, wenn ich von links nach rechts kippe, dass in der Mitte sehr viel mehr Spiel ist, als es vorher der Fall war. Zu guter Letzt kommen wir zu dem RC Expo. Der RC Expo hat ähnlich wie die Super Rate Einfluss auf das Stickgefühl in der Mitte, aber auch an den Stickenden. Das Expo hierbei steht für exponentiell. Vielleicht fragt ihr euch, was ist nun der Unterschied zwischen RC Expo und der Super Rate? Im Grunde genommen ist das ganz, ganz einfach. Während ihr bei der Super Rate die komplette Geschwindigkeit von der Drehung beeinflusst, beeinflusst ihr beim RC Expo letzten Endes nur, wie sich das Stickgefühl verändert. Das heißt, wollt ihr eine weiche Mitte haben, aber in den Stickenden snappy und schnelle Rollen machen, dann schraubt ihr den RC Expo hoch. Und umgekehrt, genauso wie bei der Super Rate, wollt ihr die Mitte nicht so weich haben, dann schraubt ihr den RC Expo oder lasst ihn auf null. So, und jetzt ein paar Beispiele. Wundert euch jetzt nicht über die Geschwindigkeit, die habe ich hier schon hochgeschraubt. Aber ihr seht, was ich meine. Wenn wir jetzt den RC Expo hochschrauben, verändert sich nichts an der Geschwindigkeit und die Mitte wird sehr, sehr flach. Dadurch, dass die Mitte sehr flach wird, können wir uns nun sehr frei in der Mitte bewegen, wohingegen wir zu den Stickenden hin eine sehr schnelle Drehung haben werden. Das seht ihr hier. Ich kann quasi fast die komplette Rolle oder fast den kompletten Roll Stick bewegen, ohne dass eine Rolle passiert. Aber sobald ich das letzte Fünkchen auf meinem Stick bewege, seht ihr, dass die Rolle ausgeführt wird. Und dafür benutzen wir den RC Expo. Der RC Expo ist hier jetzt wirklich nur noch dafür da, um das Stickgefühl zu verbessern oder zu verändern. Die Super Raid hat direkten Einfluss auf die Geschwindigkeit, wohingegen hier wirklich nur noch die Geschwindigkeit an den Enden justiert werden kann. Kommen wir abschließend zum letzten Schritt. Den Einstellen im echten Leben. Ihr schließt euren Quad an, geht auf die Pit Einstellung in Betaflight oder EmuFlight oder wo auch immer und da könnt ihr dann eure Raids direkt eintragen. Wenn ihr zum Ermitteln der Raids Velocitrone benutzt habt, dann seid ihr relativ sicher, dass die Raids sich auch so anfühlen werden im echten Leben. Bei anderen Simulatoren ist das manchmal ein bisschen anders. Sobald ihr fertig seid, drückt ihr einfach nur noch auf Speichern und seid durch. Und wie immer, wenn euch dieses Video nicht gefallen hat, erzählt niemandem, was ihr die letzten paar Minuten gemacht habt. Ansonsten würde es mich freuen, wenn du einen Daumen und ein Abo dalässt. Ich mache mindestens einmal die Woche ein Video, damit ich mehr Beginner in dieses tolle Hobby bringen kann. Also, bleib dran und bis zum nächsten Mal. Daumen und ein Subscribe dalässt. Wart doch einfach nochmal eine Minute. Du kommst in jedes Outtake rein, das ist unglaublich. Demnächst muss ich mich vorstellen. Ja, natürlich musst du dich vorstellen. Du fliegst demnächst. Du bist scheiße, hör mal auf zu lachen. Ich habe voll den Faden verloren. Dabei muss ich doch nur noch diesen einen Kacksatz sagen. Und wie immer. Und wie immer.